Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich Ihnen einen Trade zeigen, den wir im Rahmen von Planet Options gehandelt haben. Es handelt sich um einen Hedging Trade, also ein Trade, den man aussetzt, um sich gegen fallende Kurse zum Beispiel zu schützen. Ganz wichtig an dieser Stelle, achten Sie auf den Disclaimer, den Sie unten in der Videobeschreibung finden. Es geht hier alles nur um Informationen, die Sie zu Schulungszwecken nutzen können und auf keinen Fall ist es hier eine Aufforderung, so zu handeln, wie ich es Ihnen zeige. Also was Sie hier sehen, ist erstmal den Verlauf des S&P 500 in Form des ETFs SPY und übergelagert auf diesem Chart sehen Sie ein paar rote und grüne Kästchen. Das sind negative und positive Divergenzen. Das Thema Divergenzen habe ich in vorherigen Videos schon abgehandelt. Die Links zu diesen Videos finden Sie auch in der Videobeschreibung oder hier oben eingeblendet in diesem Video. So und unter dem Chart sehen Sie den Verlauf des RSI, also der relative Stärkeindex, dürfte allen bekannt sein. Typischerweise gilt der ETF hier als überkauft, wenn der RSI im roten Bereich ist, über 70 Prozent und als überverkauft, wenn der RSI im grünen Bereich notiert, unter 30 Prozent. Eine sehr, also eine valide Strategie nach diesem RSI allein würde nicht funktionieren, aber trotzdem achte ich gerne auf diesen Indikator, um überkaufte und überverkaufte Lage einzuschätzen. So, also Sie sehen hier, dass seit dem, also seit Mitte Juni ungefähr der S&P 500 und der Aktienmarkt allgemein sich eher positiv entwickelt hat. Es ging ziemlich stark aufwärts bis ungefähr Mitte August. So und ich möchte Ihnen jetzt die Logik des Einstiegs des Trades zeigen, die Logik des Ausstiegs auch und natürlich wie dieser Trade konstruiert wurde. Also erst mal die Logik des Einstiegs. Nach diesem starken Aufwärtstrend ist es so, dass auf diesem Chart drei negative Divergenzen aufgezeichnet worden sind. Das bedeutet, dass drei Indikatoren von insgesamt neun, glaube ich, in meinem Konstrukt eine negative Divergenz aufgezeigt haben. Also der Markt ist weiterhin gestiegen, die Indikatoren haben allerdings keine neue hohes verzeichnet. Und man sieht auch unten, dass der RSI deutlich im roten Bereich war und auch kurz davor war, diesen Bereich, diesen roten Bereich zu verlassen. Und das hat mich dazu veranlasst, eine Hedging-Position aufzusetzen. Das war dann bei dieser Kerze hier am 17. August. So und wie sah damals dieser Trade aus und was war es überhaupt für ein Trade? Es handelte sich um einen sogenannten Bare-Put-Spread. Ein Bare-Put-Spread besteht aus zwei Put-Optionen. Eine gekaufte Put-Option und eine verkaufte Put-Option. Und bei diesem Trade ist es so, dass ich den Put mit Basispreis 380 Dollar gekauft habe und gleichzeitig den Put mit Basispreis 360 Dollar verkauft habe. Und beide Puts hatten ein Verfallsdatum bis zum 16.12.2022. Ja, also ein typischer Vertical-Spread, wie man es so nennt. Und der Vorteil von dieser Herangehensweise im Vergleich zu dem Kauf eines direkten Puts, zum Beispiel hier mit Basispreis 380 Dollar, ist, dass der Kaufpreis deutlich billiger ausfällt. Ja, ich habe für diese Kombination 285 Dollar bezahlt. Ich weiß nicht mehr, wie viel der Put selbst mit 380 Dollar gekostet hätte, aber wäre auf jeden Fall deutlich teurer gewesen als diese 285 Dollar für die gesamte Kombination. Das ist ein Vorteil von einem Bearputspreis, das ja deutlich günstiger aufgesetzt werden kann. Der Nachteil wiederum ist, dass die Gewinne begrenzt sind, wenn der Markt tatsächlich sehr tief fällt. Also wenn der Markt wirklich gecrashed hätte, jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel, wäre mein Gewinn begrenzt. Und der maximale Gewinn bei einem Bearputspreis wird so ermittelt, sie berücksichtigen beide Basispreise und substrahieren den einen von dem anderen. Also 380 minus 360, das wäre dann 20 Dollar mal 100, weil man spricht immer von einer Kontraktgröße von 100 beziehungsweise von einem Multiplikator von 100 in diesem Fall, wäre dann 2000 Dollar maximalen Gewinn. Aber sie müssen auch davon die Kosten für diesen Spread abziehen. Also 285 Dollar davon abziehen, bedeutet, dass sie dann maximal ein Gewinn von 1.715 Dollar erzielen könnten, wenn zum Verfallsdatum der S&P 500 beziehungsweise der SPY dann unter der Marke von 360 Dollar notiert. So, in der Regel ist es so, dass man ein Bearputspreis nie bis zum Verfallsdatum handelt oder hält. Man steigt vorher aus und in der Regel berücksichtigt man auch hier die charttechnische Konstellation. Das ist auch das, was ich gemacht habe. Beziehungsweise man steigt aus, wenn man eine gewisse Gewinnschwelle erreicht hat. So, apropos Gewinnschwelle. Wann hätte ich mit diesem Trade überhaupt einen Gewinn erzielt, wenn ich diesen Trade bis zum Verfallsdatum gehalten hätte? Die Gewinnschwelle wird so ermittelt, indem sie den Basispreis von 380 nehmen und davon die Kosten von dem Spread abziehen. Also hier auch 380 minus 2,85 wäre dann eine Gewinnschwelle von 377,15 Dollar. Das heißt, unter dieser Marke, und das wäre der obere Rand von diesem Quadrat hier oder Rechteck, hätten sie angefangen, einen Gewinn zu erzielen. Und wie bereits erwähnt, der maximale Gewinn würde erst entstehen unter der Marke von 360 Dollar und zwar zum Verfallsdatum. Also das ist erstmal ein bisschen das Zahlenwerk von diesem Trade, von diesem Bearputspreis. So funktioniert ein Bearputspreis. Ganz wichtig an dieser Stelle und das übersehen auch viele. Sie können auch mit diesem Trade einen Gewinn erzielen, selbst wenn diese Gewinnzone nie erreicht wird. Das heißt, wenn Sie diesen Trade aufsetzen und wenn Sie, ich sage mal so, das Glück haben, in Anführungsstrichen, dass der Markt auch sofort fällt, dann wird sich der Trade auch so schon gewinnbringend entfalten, ohne dass diese Zone erreicht wird. Aber wenn Sie diesen Trade bis zum Verfallsdatum halten würden, dann muss der S&P 500 bzw. der SPY dann mindestens in diesem grünen Rechteck notieren oder idealerweise noch in diesem dunklen grünen, wo der maximale Gewinn entsteht. So, wie sind wir dann vorgegangen? Wie gesagt, wir sind am 17. August eingestiegen und so hat sich dann der S&P 500 danach entwickelt, also schön fallend. Und dann gab es am 7. September eine Konstellation an positiven versteckten Divergenzen. Das ist dieser hellgrüne Kasten hier. Fünf Indikatoren haben an dem Tag versteckte Divergenzen aufgewiesen, positive Divergenzen und diese grüne Kerze war schon sehr, sehr stark. Ich habe trotzdem noch einen Tag mehr gewartet, um sicher zu sein, dass diese grüne Kerze erstmal kein Strohfeuer war. Ich wollte eine Bestätigung abwarten und wir sind dann tatsächlich am 8. September aus diesem Hedging Trade ausgestiegen und man sieht auch unten übrigens, dass der RSI eine schöne Aufwärtsbewegung aufgezeichnet hat. Das heißt, er war zwar nicht überverkauft, aber es gab wieder positives Momentum im Markt und das war auch für mich ein Zeichen. Jetzt aufpassen, es könnte sein, dass wir eine gute Aufwärtsbewegung bekommen und vielleicht ist es jetzt sinnvoll, die Hedging Position aufzulösen. Wenn jetzt danach der S&P 500 weiterhin fallen sollte, dann ist es natürlich Pech, so in dem Sinne, aber man hat ja keine Kristallkugel. Man muss sich auf das verlassen, was man auf einem Chart sieht und wie man die Lage gerade einschätzt. Also hier sind wir ausgestiegen am 18. September bei dieser Kerze, noch vor Handelsschluss. Wir sind im Laufe des Nachmittags ausgestiegen und die Bilanz von dem Hedging Trade sieht wie folgt aus. Wir haben die ganze Kombination für 505 Dollar verkauft, so Pi mal Daumen, je nachdem wann man ausgestiegen ist. Ich hatte eine Ausführung bei 505 Dollar. Das heißt, ich habe einen Gewinn von 220 Dollar erwirtschaftet mit einem einzigen Kontrakt und das entspricht einer Rendite von 77 Prozent in 22 Tagen. Das ist nicht schlecht. Für eine reine Hedging Position, die für mich nur eine Absicherung war, sollten die Märkte noch deutlicher fallen, als erwünscht sozusagen. So, das ist das Prinzip. Ich hoffe, es ist klar. Das ist wirklich ein Hedging Trade wie aus dem Bilderbuch. Perfekt gelaufen. Ich glaube, auch die Leser von Planet Options freuen sich. Und apropos Leser von Planet Options. Ich möchte an dieser Stelle Claudia begrüßen. Das ist meine allererste Kundin aus Japan, die mein Content sich da auch anschaut und die auch bei Planet Options eingestiegen ist. Also schöne Grüße an dieser Stelle durch die Kamera an Claudia und an alle anderen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war für Sie hilfreich und bis sehr bald. Tschüss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.